Rückwärts fahren Ich weiß, das kannst du nicht so gut Aber solltest du können Oh, das sind Freunde Diesmal sind es ja Freunde Dürfen wir hier rein? Hoffentlich Ich weiß ja nicht, was sonst lang geht Ja, alles klar Ich folge dir mal Ich kann nicht fliegen, also kann ich dir so gut nicht folgen Muss ich halt so folgen, ne? Ich glaube, mein Fahrzeug ist ein bisschen stärker als dein Ghost Doch nur so ein bisschen, ne? Weiter durch die Wüste Ich mag die Wüste irgendwie Ist mal ein bisschen anders als Setting Halo 3 hat übrigens viele verschiedene Settings, finde ich ganz gut Das heißt viele, aber ein paar mehr als Halo 1 und 2 Obwohl die sehr länger sind von der Spielzeit hier Nehmen wir uns das neue Fahrzeug mal Ja, weiß ich Naja Kriegen wir ihn Kurz kratzen Dann machen wir weiter hier Das war's mit dem Panzer Das war's mit mir Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe Erstmal den da oben töten Auf diesem Teil Oh Gott Fahren kann ich manchmal auch nicht So Komm, lass mich in Ruhe Lass mich mal wenigstens regenerieren Danke Ich bin ja kein Shopper-Profi, aber Ich bin ja kein Shopper-Profi, aber Na, immerhin Alles klar, wir haben gereinigt hier ein bisschen Nehmen wir mal lieber den Raketensäfer Ganz da oben, da kommt sie Ist die Dorn auf die Atmosphäre eingestellt? Das werden wir wohl herausfinden Entdeckung Wird schon Klappen Da ist ja jetzt den Panzer runter Vorurte und so zauern Ja, Mann Panzer, ich begröße sie Ja, das ist richtig Hüey, was sind wir jetzt hier lang? Wir kommen auf jeden Fall gegen Was heißt, du Verräter? Ich bin kein Verräter Okay Okay, wenn wir hier runterfahren sollen Ich hab wohl aus der Seen uns selber angegriffen Und das ist typisch für mich Wir haben ja immer den meisten Schaden Ich glaub, wieder hier dann Na, dachtet hier Panzer besiegen Jäger Das ist richtig Panzer besiegen alles Das ist richtig Das könnte ich den ganzen Tag machen Erstmal den Phantom hier Oder was ist das wahr? Einfach alles platt machen Das ist richtig Die Kommentare der Typen sind immer ganz lustig Aber sie entsprechen halt auch weit weiter Wahrheit Also mit dem Panzer Und nur auf Halser Ich sag, wir werden es nicht selber töten Nur in seinem Panzer Wie kann er das Überleben Frage ich mich Nun Egal Er ist tot Erstmal das Ding da wieder kaputt machen Wir wollen ja keine Probleme haben Wobei Probleme, ne Ich glaub nicht, dass wir wirklich Probleme bekommen werden Oh Gott Da hat er mich erwischt Schaße Panzer Die auf Panzer schießen Müssen Ich bin 343 Gilties Park Die Nominat der Einrichtung 4 Ja Dann hab ich nicht kommen sehen Jetzt häng ich hier fest Gilt's ja mich Egal Kümmern wir uns um den Panzer Komm Geh kaputt Danke Sonst noch irgendwas am Leben? Ich glaube nicht Dann können wir uns weiter drum kümmern Da hinzukommen Zumindest ist der jetzt komplett schrott Muss es doch auch sein Tut mir leid Tut mir echt leid Na komm ich hier weiter durch Ja Natürlich Ich bin ein Panzer Ich komm überall durch Sorry Na gut Fast überall Ich bin fast da Und am brennen Bitte vorsichtig Vermeiden Sie Kollateralschäden Diese Anlage wird hässlich zwar robust Aber hinter der Fassade vermerkt sich zweifellos vergelastet Seltsam Dass ein Durchgang mit eher als stark und sicherheitsprotokoll geschützt wird Ja Alles klar Aber ich glaube mein Panzer hält nicht mehr lange durch Fallen Sie mir bitte Achso Okay Ist eh kein Panzerteil Na was haben wir denn hier für Waffen Okay Das war dieser Laser glaube ich Oh oh Ach Macht nix Mach ihn auf Danke Hm das kam mir bekannt vor Hier diese Schalltafel aktiviert eine Brücke Brücke Kommt schon Da unten Gute Arbeit Chief Stoßen Sie auf der anderen Seite der Mauer zu Ihren gepanzerten Einheiten Warnen Sie sich den Weg runter zum Kartografen Ist ok Ja hier lang Oh Nicht schon wieder Ja ich weiß Der hat die große Nudel Was Hat er das ernsthaft gesagt Der hat die große Nudel Jo Fahr mal weiter Ich möchte diesmal schießen Nicht immer du Oder andere Ja so wie du fährst Ist es nicht das Einfachste Kein Problem Fährst du auch weiter Lass mich fahren Steig ein Danke Und du gibst mir ein Panzer Hey Das wird den noch kaputt machen Ah ich würde ihn noch kaputt machen oh mein Gott ah der ist kaputt gegangen Phantom natürlich zumindest wenn ich mal richtig fahre und wenn die anderen mitschießen würden richtig natürlich mache ich den fertig Hups erstmal daneben schießen ich glaube das war nicht die beste Art haben wir hier nichts irgendwie so Raketen mäßiges wir sehen uns in den nächsten Mal in den nächsten Mal in den nächsten Mal Vielen Dank.